rente mit 63 aber vorher arbeitslos kann ich wirklich abschlagsfrei in rente gehen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren sie werden arbeitslos sie haben einen job gehabt und sie wollen eigentlich in dann in zwei jahren mit beginn der arbeitslosigkeit in zwei jahren abschlagsfreien rente gehen und die ganz große spannende frage die sich hier stellt ist das mit der rente mit 63 überhaupt möglich können sie dann wirklich abschlagsfrei in rente gehen meine damen und herren in diesem video möchte ich einfach mal mit ein paar begrifflichkeiten aufklären und dann auch noch mal auf das thema eingehen wartezeit 45 jahre und auch das thema arbeitslosengeld 1 bezug zwei jahre vor renten beginn meine damen und herren wir fangen einfach mal an mit den begrifflichkeiten sie haben es ja schon gehört in der überschrift rente mit 63 das ist ja so ein riesen schlagwort in der politik und alle denken immer ich kann mit 63 schon in rente gehen und zwar abschlagsfrei wenn ich 45 jahre wartezeit habe nein meine damen und herren das geht nach aktueller rechtslage nicht mehr ich zeige ihnen jetzt einfach erst mal welche rente ich hier meine wo wir sozusagen wo worin oder wohinter sich der begriff rente mit 63 verbirgt ja so gucken wir uns das mal an ich habe hier schon mal den den link fertig gemacht ich mache schon ein bisschen größer und zwar gesetze im internet und das sgb 6 und dort habe ich mal das inhaltsverzeichnis rausgeholt renten wegen alters und dort haben wir zum einen die regel altersrente die altersrente für langjährig versicherte die altersrente für schwerbehinderte menschen und die altersrente für besonders langjährig versicherte die altersrente für langjährig unter tage beschäftigte bergleute lasse ich heute einfach mal weg weil das ist außerhalb unserer betrachtung gucken wir uns mal die altersrente für besonders langjährig versicherte an und das ist nämlich genau die rente die wir meinen oder die ich meine oder die die politik gerne meint oder die sie vielleicht auch kennen unter dem duktus der abschlags des abschlags freien renten beginnt das ist die altersrente für besonders langjährig versicherte paragraf 38 sgb 6 versicherte haben anspruch auf altersrente für besonders langjährig versicherte wenn sie das 65 lebensjahr vollendet und die wartezeit von 45 jahren erfüllt haben ja hier haben wir das also wartezeit 45 jahre erfüllt haben die vorschrift des paragrafen 38 findet grundsätzlich auf die geburtsjahrgänge anwendung erstmals anwendung die 1964 geboren worden sind ansonsten haben wir es mit einer übergangsregelung zu tun zeige ich ihn auch dauert ein bisschen scroll ich mal runter und zwar ist dass der paragraf 200 und kommt gleich ich weiß es nicht die genauen nummern habe ich nicht immer im kopf hier ist und zwar 236 b und hier steht drin versicherte die vor dem ersten januar 64 geboren sind haben frühestens anspruch auf die altersrente für besonders langjährig versicherte wenn sie das 63 lebensjahr vollendet haben und die wartezeit von 45 jahren erfüllt haben aber das galt nur also dieses 63 lebensjahr deshalb auch rente mit 63 galt nur für die geburtsjahrgänge bis zum 31 12 1952 alle die nach 1952 geboren wurden also ab 53 und aufwärts die müssen die können erst später in die rente gehen so und wir haben es ja jetzt aktuell im jahr 2024 heute ist der zweite mai 2024 mit den geburtsjahrgängen 1960 und 1961 zu tun und die geburtsjahrgänge 1960 die können mit vollendung des 64 lebensjahres und vier kalendermonate in die altersrente für besonders langjährig versicherte gehen das mal nur so als hintergrund das heißt also diese altersrente für besonders langjährig versicherte nennen wir auch sehr gerne rente mit 63 so meine damen und herren und jetzt geht es ja um die spannende frage warum unser versicherter oder unserer versicherte einen massiven fatalen denkfehler haben wenn sie glauben dass wenn sie jetzt 63 sind das 63 lebensjahr vollendet haben noch zwei jahre in die arbeitslosigkeit gehen und dann in die altersrente für besonders langjährig versicherte gehen wollen wenn sie aktuell noch nicht die 45 jahre wartezeit erreicht haben meine damen und herren und das liegt einfach hier an ja ich zeige ihnen das mal und zwar an den sogenannten wartezeiten an den anrechenbaren zeiten und da haben wir den paragrafen 51 sgb 6 das ist einfach ganz klare regelung und hier steht in dem paragraf 51 absatz 3a auf die wartezeit von 45 jahren werden kalendermonate mit pflichtbeiträgen für eine versicherte beschäftigung oder tätigkeit berücksichtigungszeiten auch zeiten des bezugs von entgeltersatzleistungen arbeitsförderung angerechnet aber dabei werden zeiten nach buchstabe a also hier entgeltersatzleistung der arbeitsförderung in den letzten zwei jahren vor rentenbeginn nicht berücksichtigt außer das ist die ausnahme der arbeitgeber ist insolvent komplett pleite oder er stellt seinen geschäftsbetrieb vollständig ein dann zählt es wiederum dazu aber im normalfall wenn sie jetzt 63 jahre alt sind sowie das auch die so auch wie die überschrift im video war und sie haben eben erst in zwei jahren die 45 jahre wartezeit oder beitragszeiten erreicht dann zählen zeiten des bezugs von arbeitslosengeld 1 im normalfall wenn sie entlassen werden nicht als anrechenbare wartezeiten auf die 45 jahre und dann haben sie sozusagen den zonk gezogen ja und deshalb meine damen und herren passen sie hier bitte auch wirklich auf denn sie müssen dann gegensteuern und als allererstes was sie machen müssen ist sich eine ordentliche rentenauskunft einholen und dann prüfen ob vor dem bezug des arbeitslosengeldes 1 sie schon vielleicht die 45 jahre wartezeit erreicht haben dann können sie sich entspannt zurücklehnen und einfach die den entsprechenden zeitraum abwarten wo sie dann das lebensalter vollenden und in die abschlagsfreie altersrente für besonders langjährig versicherte gehen können wenn sie die 45 jahre wartezeit zwei jahre vor rentenbeginn noch nicht erfüllt haben und sie gehen in die arbeitslosigkeit dann muss es ihnen einfach klar sein dass diese zeiten nicht mehr als wartezeiten auf die 45 jahre anerkannt werden ich sage ihnen gleich wo sie anerkannt werden also in welchem mal in welcher altersrentenart sie anerkannt werden da spielt es überhaupt keine rolle ob davor oder meinetwegen auch danach also danach sowieso nicht aber davor spielt es dann keine rolle aber noch ein tipp aus der praxis sie können parallel zu den arbeitslosengeld 1 zeiten auch noch einen versicherten mini job machen anrechnungsfrei ans arbeitslosengeld 165 euro versicherungsfreier versicherungspflichtiger mini job bitte nicht versicherungsfrei diese zeiten zählen dann wiederum als anrechenbare wartezeiten auf die 45 jahre denn sie sind pflichtbeitrag seiten nach paragraf 51 absatz 3a nummer eins hier ja das sind das sind die sogenannten pflichtbeitrag seiten dazu zählen dann auch die versicherten zeiten einer geringfügigen beschäftigung also sie sehen meine damen und herren es ist alles gar nicht so einfach hier durch das rentenrecht durchzukommen und wer der meinung ist der mit wer dann mit 63 über die bundesagentur für arbeit so eine art goldene brücke in abschlagsfreie rente zu kommen da müssen sie höllisch aufpassen denn es kann wirklich sein dass diese 45 dass diese zwei jahre arbeitslosengeld bezug wenn da nicht die sonderausnahme mit der insolvenz oder vollständigen beschäftigungs aufgabe des arbeitgebers noch für sie zugunsten greifen würde dann zählen diese zeiten nicht auf die 45 jahre und dann haben sie ein riesen problem wenn sie dann in zwei jahren in rente gehen wollen werden sie sich wundern dann bekommen sie nämlich nicht die altersrente für besonders langjährig versicherte zu erkannt sondern diese hier und zwar die altersrente für langjährig versicherte ja und dann haben sie das problem dass sie dann auf diese altersrente weil sie weil gerade die 45 jahre wartezeit nicht erreicht ist dass sie dann auf diese altersrente meinetwegen mit dem 65 lebensjahr dann für zwei jahre noch abschläge bekommen das wären dann 7,2 prozent 24 kalendermonate früh frühere rentenbeginn und damit haben sie wahrscheinlich dann gar nicht gerechnet und haben gedacht mensch alles klar wenn ich jetzt zur bundesagentur für arbeit gehe und zwei jahre hier noch absitze kriege ich das als wartezeit anerkannt für die 45 jahre nein so wie ich ihnen gesagt habe im normalfall geht das dann so nicht aber meine damen und herren für die altersrente für langjährig versicherte zählen diese zeiten auf jeden fall auch zwei jahre vor rentenbeginn dazu denn das zeige ich ihnen auch noch mal der paragraf 51 sagt uns dass auf die wartezeit von 35 jahren paragraf 51 absatz 3 auf die wartezeit von 35 jahren werden alle kalendermonate mit rentenrechtlichen zeiten angerechnet das heißt also nach diesem satz nach diesem einfach zu verstehenden hoffentlich einfach zu verstehenden satz werden alle rentenrechtlichen zeiten auf die 35 jahre wartezeit angerechnet das heißt also wenn sie in wenn sie also zum beispiel noch zehn kalendermonate vor rentenbeginn arbeitslosengeld 1 bezogen haben dann wird auch diese arbeitslosengeld zeit für diese zehn kalendermonate voll in die wartezeit 35 jahre angerechnet damit hätten sie dann überhaupt keine probleme aber für die 45 jahre werden dann auf deutsch gesagt die backen dicke deshalb kann ich ihnen nur empfehlen machen sie ein mini job zwei jahre vor rentenbeginn wenn es kritisch ist und bevor alles kritisch wird einfach eine rentenauskunft einholen gegebenenfalls wenn sie entlassen werden und sie sagen mensch nee ich will nicht auf meine abschläge ich will keine abschläge haben perdu keine abschläge haben dann können sich auch noch mal überlegen für zwei jahre irgendwo eine anderweitige beschäftigung einzugehen der arbeitsmarkt ist aktuell sehr gut das heißt also auch ältere semester dürften weniger probleme haben einen job zu finden ob es der traumjob ist ist noch eine andere frage aber jeder kalendermonat einer versicherungspflichtigen beschäftigung zählt als wartezeit auf die 45 jahre meine damen und herren das soll es gewesen sein zum thema anrechenbare zeiten 45 jahre wartezeit rente mit 63 und dieser zwei jahreszeitraum al g1 bezug vor beginn der altersrente für besonders langjährig versicherte näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenscheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel